Oh, l'esprit majeur, c'est lui qui parlera à votre place. Alléluia, il est ici, Jésus. Quel amour et quelle assurance que tu m'aimes. Hört sich irgendwie so leicht an und die Zeit geht langsam rum. Ich wüsste, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Komm, Kinder, singt mit. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst. Herr Herz, was machst du? Warum guckst du Fernsehen? Kleine Kinder dürfen nicht so viel Fernsehen gucken. Viel Fernsehen gucken macht die Kinder faul. Ich mach jetzt den Fernsehen aus. Also, wie war's denn so heute? ein Hut und, ein Weckerhut und ein Käppi. Das entscheiden wir uns. Und ich hab jetzt also ein, die Blätter von Kalender geholt, weil die ein bisschen stabiler sind für den Käppi. Erstens haben wir hier ein Lineal, ein Stift. Was noch? Ein Käppi. Und? Ein Schäppi. Ja. Als erstes schneiden wir den Kalender aus. Also, ich hab nur den Kalender für, jetzt nehme ich einfach den Kalender und falle es hier so ab. Schönen gerade. Bitte den Lineal geben. Danke, Schwester Herz. Lege ich den Lineal gerade hin. Und jetzt zeichne ich in einen geraden Strich. So. Fertig. Jetzt seht ihr hier so einen geraden Strich. Jetzt schneide ich den aus. Schön gerade schneiden. Hier seht ihr. Ich hab schön gerade geschnitten. Jetzt brauchen wir... Mechi, kannst du mir bitte den... Äh, Schwester Herz. Kannst du mir bitte den Kleber geben? Danke. Erstmal ganz. Dann hab ich es so in der Mitte durchgeschnitten. Dann ist es so geworden. Und jetzt klebe ich es auf. Am besten nicht so viel Kleber benutzen. So drauf. Wenn es schief ist, es ist ja noch locker, könnt ihr den ruhig noch so gerade schiefen. Dann tun wir wieder Klebe. Schwester Herz, bist du schon fertig? Ich geb dir gleich den Kleber, okay? Gut drauf. Jetzt sieht es so aus. Jetzt sieht es so aus. Ich probiere den mal an. Ihr seht, es passt. Den tun wir jetzt am besten so drauf. Aber erst mal schneiden wir hier. So gleich geschnitten ist, dass es nicht so ist, der andere ist klein, der andere ist größer, dass ihr schön aufpasst. Jetzt knöte ich es noch zu. Jetzt sieht es so aus. Ihr seht, die sind nicht gerade, also die sind nicht so gerade, sondern die sind so mittig. So, jetzt brauchen wir diesen Blatt, also stehe ich es so unten, aber bevor ich es mache, benutze ich erstmal Kleber. Und nicht so viel Kleber benutze. Ich mache den Deckel da drauf, mache es zu. Jetzt müsst ihr gucken, dass dieser Kreis den Kopf, also in der Mütze drauf kommt. So, jetzt haltet ihr es gut fest. Ihr drückt so drauf, damit es auch haltet. Schön gut feste drauf drücken, aber ihr müsst noch drücken, 20 Sekunden warten ein bisschen, bis es trocken ist. Schere, Schwesterherz, kannst du mir die Schere geben? Danke. So. Entweder ihr lässt es so, oder ich schneide es so aus, wie ich es jetzt machen muss. Und nicht mehr schtet. Ich bin 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 nicht mehr schtet. So ausgesteppen, so, es sieht so aus, es ist fertig, aber wie ich gesagt habe, könnte es auch so bleiben, ich habe hier so ein Muster hier noch, es sieht so aus, ich habe hier schon so ein bisschen gebastelt, entweder ihr bastelt es so, oder so, wie ihr möchtet, so, Schwesterherz, wie gefällt dir meine Kippie, wie gefällt dir dein Bäckerboot, siehst du Schwesterherz, wenn du jetzt die ganze Zeit nur Fernsehen geguckt hättest, wärst du jetzt faul und wir könnten nichts basteln, also liebe Kinder, nicht so viel Fernsehen gucken, das macht die Kinder faul, lieber lernen oder etwas basteln, und wenn euch dieser Film gefällt, abonniert euch auf Schikoproduktion, es gibt ganz viele neue Filme, ich hoffe, die werden euch gefallen, tschüss, bis nächstes Mai, haltet zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag, Halt die Hände über mich, was auch kommen mag, haltet zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag, halt die Hände über mich, was auch kommen mag, haltet zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag, heut die Hände über mich, was auch kommen mag. Titelsberg, mit euch das Kind, nachdenken, bis zu mir, wirst du Schikoproduktion, bis zu mir, was auch wir, was schon dafür sind, wir uns für die Aufschrauben, wenn du Schikop Alto und du SchikopPod ein sind, bis mit den Anzeichen nachzulein. Musik Soll das dass man auch ein bisschen kann. Wir sehen uns das, wie ihr, dass wir uns hier an unseren Productions beschäftigt haben. Wir sind nicht nur, wie wir uns hier passen. Das ist nicht so, wie wir es leben müssen. Fortsgleich wir uns hier nicht mehr vizenken. Dann sind wir es hier nie mehr gemacht. Dann sind wir es auch nicht mehr verändert. der Herrmann ist bei der Stoppakt, wir haben in den Tränen die Menschen, die wir hier sind und wir haben die Menschen, die sie auch nicht zu sagen, dass sie die glorierende Dinge sind, wie wir hier sind. Und wenn wir sie hier haben, wir können sie machen. Wir sind auf die Produktion und wir sind sehr froh. Wir sind die Produktion.